Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe der UFO-TV-Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. Die Kongressanhörung. Rückblick und Einordnung eines bedeutenden Disclosure-Events. Der Errorbericht und die Senatsanhörung. Kleine, hoffnungsfrohe Zeichen und eine Vorschau. In Other News. Neues von Gary Nolan, Avi Löb und andere. Upcoming. Videos. UFO-TV-Year-Two. Vorträge und mehr. Bevor ich etwas genauer auf die Kongressanhörung und den dabei veröffentlichten Geheimdienstbericht eingehe, möchte ich zwei Dinge vorab sagen. Eines hat mit der Anhörung zu tun. Eines ist eher allgemein. Zuerst das Allgemeine. Wer glaubt, es tut sich nichts in Sachen Disclosure, der passt nicht auf. Als ich 2021 begonnen habe, zu dem Thema zu publizieren, gab es alle paar Monate einmal etwas Berichtenswertes. Etwa der Report der UAP Taskforce 2021, die eine oder andere wissenschaftliche Konferenz, das eine oder andere Interview mit ernsthaften UFO-Forschern, selten in etablierten Medien, öfter in allgemeinen und dann später noch eher spärlichen Podcasts und YouTube-Kanälen, konkret zum UFO-Thema. 2023, insbesondere nach David Grush, wurde das alles anders. Seine Interviews, die Kongressanhörung, die Gesetzestexte, neue Videos, immer mehr Podcasts und YouTube-Kanäle mit immer mehr Interviews. Und immer mehr dieser Kanäle begannen nicht nur gelegentlich oder wöchentlich, sondern täglich zu berichten. Entgegen aller Unkenrufe war das auch 2024 nicht anders. Ihr braucht euch einfach nur durch die Titelbilder und Überschriften meiner Wochenschau zu scrollen, um zu sehen, was da alles passiert ist. Und gerade in den letzten Monaten, seit dem Buch von Elizondo, hat die ganze Sache noch einmal Fahrt aufgenommen. Wie ich immer sage, in den letzten sieben Jahren ist in Sachen Uferenthüllung mehr passiert, als in den 70 Jahren davor. Wer erst zufrieden ist, wie Gary Nolan kürzlich meinte, wenn ein Alien aus dem eigenen Wandschrank kommt und der Person die Hand schüttelt, dem kann man nicht helfen. Die letztgültige Bestätigung, die eindeutigen Videos oder was auch immer in dieser Art, werden wir nicht so schnell erhalten. Aber das bedeutet nicht, dass nichts weitergeht. Siehe etwa das neue Kongresshearing. Dazu meine zweite Vorbemerkung. In einigen Kommentaren und auf Twitter und sonst wo, liest man immer wieder, das Hearing sei keine große Sache gewesen. Man hätte nichts Neues erfahren. Es sei teilweise langweilig gewesen. Über die wirklich wichtigen Dinge hätten die Leute wieder nur im Geheimen reden wollen und so weiter. Dazu muss ich klipp und klar sagen. Erstens, stimmt so nicht. Und zweitens, das Hearing war nicht für uns, die Informierten. Das Hearing war in folgender Reihenfolge für die Presse, andere Abgeordnete und die uninformierte Öffentlichkeit. Was für uns vielleicht ein alter Hut war, war für die wichtigen Medien, wichtigen Persönlichkeiten und Millionen von Zusehern ein Bombeneinschlag. Man darf einfach nicht vergessen, wie wenig die meisten Menschen noch immer über das Thema wissen. Die hören nämlich keine einschlägigen Podcasts oder schauen sich einschlägige YouTube-Videos an. Und wenn einmal etwas in Mainstream-Medien kommt, überlesen sie das vielleicht sogar oder hören gar nicht hin. Aber eine Anhörung vor dem amerikanischen Parlament ist ein völlig anderes Kaliber. Das lässt sich viel schlechter ignorieren, zumindest in der USA. Und so kam es auch. Ohne jetzt alle Medienberichte aufzählen zu wollen, viele große amerikanische Fernsehsender widmeten dem Hearing und den Aussagen dort, Sendezeit. Nicht irgendwann, wo in der Nacht, sondern in ihren Nachrichtensendungen. YouTube ist voll mit Berichten und Clips diverser Sender. Viele große amerikanische Printmedien berichteten ebenfalls. Auch weltweit gab es viele Artikel- und Videoberichte. In Indien, in Italien, im deutschsprachigen Raum zwar weniger, aber unter anderem berichtete hier der ORF Bild und Fokus. Die Videoclips, die von den Fernsehstationen dabei gezeigt wurden, konnten spektakulärer gar nicht sein, gerade in ihrer Kürze. Also jeder, der die 2-Stunden-Anhörung mit Höhen und Tiefen, manchmal Hektik, manchmal öderen Stellen als langweilig und wenig produktiv empfunden hat, hat in dieser Sache einfach die falsche Brille auf. Ich kenne einige private Berichte von Leuten, die vorher noch nie mit dem Thema konfrontiert waren und denen die Kinnlade auf den Boden gefallen ist. In aller Deutlichkeit, ein Ex-Konteradmiral Tim Gallaudet, der höchste Militär, vor einem derartigen Ausschuss jemals und ein rankhoher ehemaliger Pentagon-Angestellter bestätigten die Existenz von UAPs, das Bergen von Objekten und die Verschleierung durch den militärisch-industriellen Komplex. Es ist völlig uninteressant, ob sie dabei nur ihre Meinung ohne Beweise kundgetan haben. Denn sie haben ihre Überzeugung unter Eid vor dem Parlament geäußert. Das allein zählt in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie gesagt, das Hearing war über 2 Stunden lang. Ich möchte es jetzt nicht im Detail analysieren. Einerseits habe ich darüber schon in anderen Podcasts lang und breit gesprochen. Dazu mehr im letzten Beitrag dieser Sendung. Andererseits würde es den Rahmen sprengen. Vielleicht mache ich nach dem zweiten Hearing im Senat demnächst eine längere Nachspielfolge mit einer genaueren Analyse von beiden. Hier deshalb nur ein paar Highlights. Abgesehen von den schon erwähnten grundsätzlichen Aussagen. So erzählte Lou Elizondo erstmals, dass er vor drei Jahren eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben musste, in der er sich verpflichtete, nicht oder besser gesagt nichts Genaues über die UFO-Bergungsprogramme der Vereinigten Staaten zu sagen. Seine Befragung durch den Abgeordneten Moskowitz brachte aber ein de facto Eingeständnis, dass er von solchen Programmen weiß. Wie gesagt, unter Eid. Er verwendete auch mehrmals das Wort Gatekeeper. Das bleibt jetzt auf ewig in den Archiven des Parlaments. Mehrere Abgeordnete erwähnten, dass sie unter Druck gesetzt wurden, das Hearing nicht abzuhalten oder das Thema überhaupt fallen zu lassen. Das war zwar schon vorher gerüchteweise bekannt, aber auch hier gilt, dieses in diesem Rahmen öffentlich zu sagen, zeigt, was es eigentlich ist. Ein antidemokratischer Skandal sondergleichen. Der Journalist Michael Schellenberger zitierte einige UFO-Vorfälle, die wir so noch nicht kannten und betonte etwas, was auch wir uns ständig fragen. Wenn UFO-Filme deswegen geheim gehalten werden, weil sie Methoden wie supertolle Militärgeräte verraten könnten, was es dann mit einem normalen Video eines unbekannten Flugobjekts, das aus dem Wasser auftaucht und das aus einem Hubschrauber heraus gefilmt wurde. Was ist an einem Hubschrauber geheim? Was an einer Videokamera? Auch der sonst eher blass wirkende Michael Gold, aus dem man unter Umständen durch kluge Fragen mehr herausholen hätte können, sagte etwas durchaus Wesentliches. Es gibt NASA-Archive, die Jahrzehnte zurückreichen. Wenn man die konsequent durchforsten würde, gäbe es garantiert einiges zu finden. Vielleicht sogar letztgültige Beweise. Außerdem verriet er, dass in der Filmdokumentation von Dan Farrar über die man noch nicht sehr viel weiß, dieser Kanal hat schon berichtet, 30 bis 40 Politiker zum Thema UAPs interviewt wurden. Auch das eine bedeutsame Aussage, wenn man sie sich in letzter Konsequenz durchdenkt. Und derartige Neuigkeiten, jeweils für sich vielleicht nicht so spektakulär, aber insgesamt schon, finden sich zuhauf in den Aussagen aller Angelegenheiten. Was dabei auch auffällig war, war die Tatsache, dass die Fragen der Abgeordneten hoch informiert waren. Nicht alle Fragen von allen Abgeordneten, aber sehr viele. Manche davon waren sehr präzise, manche sehr genau auf gewisse Programme oder gewisse Behauptungen abgezielt. Das sind Leute, die die Sache ernst nehmen und auch wirklich etwas für die Aufklärung tun, wenn auch oft mehr hinter den Kulissen. Allein die Eröffnungsworte der Vorsitzenden Nancy Mace waren hier enorm bedeutungsvoll. Sie bestätigte im Prinzip alles, worüber wir hier in Sachen Disclosure die ganze Zeit sprechen, bis hin zur Verschleierung durch die Geheimdizte. Das sind offizielle Aussagen offizieller Parlamentarier. Die Bedeutsamkeit von so etwas ist gar nicht zu überschätzen. Noch ein Wort zum im Rahmen der Anhörung freigegebenen Originaldokumente über Immaculate Constellation. Ja, auch hier gibt es ein paar Unklarheiten über die Herkunft und so weiter. Aber das interessiert nur Insider. Für die Wirkung nach außen auf Abgeordnete, Medien und die Öffentlichkeit ist das bedeutungslos. Wichtiger ist hier die Botschaft, nämlich, dass es ein übergreifendes Programm im Pentagon gibt, also angeblich, das nicht nur alle Videos und sonstigen Informationen über UFO sammelt, sondern sie gleichzeitig auch von den anderen militärischen und geheimdienstlichen Servern und Institutionen abzieht. Das heißt, sie sind danach auf normalem Weg nicht mehr auffindbar. Nicht einmal für Militärs und Geheimdienstmitarbeiter selbst. Wichtig sind auch die enthaltenen Beispiele für Begegnungen, etwa, dass UFOs ein Militärgeschwader zum Ausweichen gezwungen haben. Sowas sind gerade für die Verteidigung der USA hochbrisante Informationen. Zuletzt bietet das Dokument eine genaue Analyse diverser UFO-Formen, deren Sichtungshäufigkeit und auch einiges über die biologischen und emotionalen Effekte, die manche von ihnen auf Menschen ausüben. Von dem Gefühl, beobachtet zu werden, bis zu Angststörungen und Schlaflosigkeit. Dazu werden Formen beschrieben, die wir vorher nicht oder nicht offiziell kannten. Wie etwa weitere Jellyfish-UAPs oder scheinbar biologische UFOs, die wie ein Gehirn aussehen. Etwas, was auch die Whistleblowerin Sarah Gamm in ihren Interviews erzählt hat und was da noch sehr abstrakt und fantastisch klang. Schellenberger sagte dazu auch aus, dass es offenbar hunderte, wenn nicht sogar tausende Videos in hoher Qualität von all diesen Dingen gibt. Nur eben gut versteckt vor der Öffentlichkeit und auch vor dem Kongress. Ich empfehle jedem, sich diesen Bericht selbst durchzulesen. Er hat knapp elf Seiten. Link dazu, wie auch zur Anhörung in der Beschreibung. Natürlich war das plötzliche Auftauchen von David Grush vor einem Jahr sensationeller. Und kaum wurde seine Existenz auch nur einigermaßen bekannt, schon saß er prominent in einem Hearing vor dem Parlament. Lui Elizondo, der sich übrigens deutlich seltener der Antwort entschlagen hat als Grush, kennen wir seit 2017 und auch die meisten seiner Aussagen. Dennoch war das zweite Hearing letzte Woche nicht weniger wichtig als das erste 2023. Ganz im Gegenteil, die Bestätigung durch weitere wichtige Persönlichkeiten wertet auch das erste Treffen zusätzlich auf. macht das alles ein Stück weit realer. Die Enthüllung schreitet voran. Teilweise sogar rasant. Das ist einfach so. Man muss nur genau hinsehen und eine objektive Bewertung vornehmen. Wer das nicht tut oder nicht tun will, den kann ich auch nicht überzeugen. Vor allem niemanden, der erst bereit ist, daran zu glauben, wenn ihn ein UFO auf einen kleinen Rundflug durch das Sonnensystem mitnimmt. Im Zuge der Veröffentlichung der New York Times 2017 und den Aussagen von Lou Elizondo damals beschloss das amerikanische Parlament bald darauf, dass es regelmäßig über den aktuellen Stand in allen UFO-Dingen informiert werden möchte. Vor allem über Begegnungen des Militärs mit unbekannten Flugobjekten. Seit ein paar Jahren ist dafür nun Arrow zuständig. Diesmal, also für dieses Jahr, präsentierte der neue Leiter Dr. John Koslowski den neuen Bericht. Nur einen Tag nach dem Parlamentshearing. Man muss allerdings dazu sagen, dass dieser Bericht noch unter seinen Vorgängern zusammengestellt wurde. Er reicht auch nur bis Juni und Koslowski wurde erst im August bestellt. Ich möchte hier nicht Seite für Seite auf den Bericht eingehen. Er ist aber durchaus interessant, etwa was das Update über die Sichtungshäufigkeit betrifft. Also nämlich wo auf der Welt und welche Formen von UAPs. Oder die Zahl der militärisch gemeldeten Sichtungen, die auf inzwischen 1600 gestiegen ist und von denen ein wesentlicher Teil nicht letztgültig aufgeklärt werden konnte. Zwar betonte auch dieser Arrow-Bericht wieder, dass es nicht gelungen sei, einen eindeutigen Beweis für die Existenz außerirdischer Lebensformen bla 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 bla. Der bekannte Stehsatz eben. Es wird also weiterhin der Eindruck vermittelt, dass es nichts weiter zu sehen gibt hier. Allerdings widerspricht dem sogar der eigene Bericht in gewisser Weise. Etwa dadurch, dass er Details der neuen Sensoreinheit namens Gremlin präsentiert, die dazu dienen soll, UAPs besser zu erforschen. Wozu fragt man sich, wenn da sowieso nichts Interessantes zu erforschen ist? Wer den Bericht lesen will, ein Link dazu findet sich in der Beschreibung. Übrigens gab es auch diesmal eine Art private Präsentation für ausgewählte Reporter. Wie schon vor einem halben Jahr bei der Präsentation des historischen Reports von Arrow. Damals schrieben alle großen Medien dann brav die Überschrift ab, nichts gefunden, alles in Ordnung. Nur das kleine Medium, die Fans Scoop, erwähnte bereits damals die geplante Gremlin-Einheit, die jetzt in dem neuen Report genau und mit einem gewissen Stolz präsentiert wird. Diesmal zogen es die großen Medien vor, fast gar nichts darüber zu machen. Und es war wieder die Fans Scoop, das auf die wirklich interessanten Dinge hinwies. Wie einige Zitate von Dr. Koslowski, in denen er bestätigte, dass es in den Daten Dinge gibt, die sich auch er trotz seiner Ausbildung nicht erklären kann. Und auch niemand anderer. Wörtlich sagte er, es gibt interessante Fälle, die ich mit meinem physikalischen und technischen Hintergrund und meiner Zeit in der Geheimdienstgemeinschaft nicht verstehe und ich kenne niemanden, der das versteht. Also gibt es doch etwas zu sehen hier? Es scheint jedenfalls, dass der neue Leiter von Arrow dem Phänomen gegenüber offener ist und auch offener darüber zu sprechen. Mehr erfahren wir hoffentlich heute Abend bei der Senatsanhörung. Diese startet rund um die Zeit der Veröffentlichung dieses Videos. Erkenntnisse daraus gibt es also erst das nächste Mal oder, falls spektakulär, in Breaking News. Es empfiehlt sich also, diesen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten. Dann erfahrt ihr sofort, wenn sich etwas Neues tut. Also etwas besonders Außergewöhnliches. Denn es tut sich ständig etwas Neues. Und dazu gleich weiter. Natürlich überschatten die lang erwarteten Parlamentsanhörungen derzeit alle anderen Aktivitäten rund um UAPs. Aber das heißt nicht, dass sie nicht passieren. Es gibt sogar so viel zu berichten, dass sich immer wieder Themen verschieben muss. Wie die Aussagen eines ehemaligen hochrangigen brasilianischen Militärpiloten über seine Begegnungen mit unbekannten Objekten. Oder die vielen Aussagen und Vorträge beim UAP Disclosure Day. Oder Details zum Hearing über die Mumien vor dem Parlament in Peru. Nun, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und all das wird sicher auf diesem Kanal noch zur Sprache kommen. Wie schon erwähnt, musste man früher die Themen mit der Lupe suchen, muss ich inzwischen das tun, was ich als Journalist und Autor von anderen Themen her gewohnt bin. Sichten, aussieben und das Wesentliche hervorheben. Das Galileo-Projekt von Avi Loeb forscht ja schon seit längerer Zeit aktiv im Himmel nach ungewöhnlichen Objekten. Da Loeb und sein Team natürlich ernsthafte Forscher sind, haben sie bisher noch nicht viel über die Ergebnisse ausgeplaudert. Und auch jetzt gibt es nur vorläufige Ergebnisse. Aber die Probeläufe seiner Sensoraufstellungen haben durchaus bereits einiges gefunden. Und darüber gibt es jetzt einen Report. Unter Millionen von Hits fanden sich 18.271 ungewöhnliche Ergebnisse, die näher untersucht wurden. Von denen stellten sich wiederum zumindest 144 als hochinteressant und nicht erklärbar heraus. Allerdings bleibt das Forschungspapier, Link in der Beschreibung, auch hier dennoch vorsichtig. Unter anderem wird darauf hingewiesen, dass der einzelne Messpunkt nur eine ungefähre Schätzung der Distanz erlaubt hat, was die restlichen Erkenntnisse schwer interpretierbar macht. Nun plant das Team die Aufstellung weiterer Sensorstationen, um in Zukunft durch Triangulation auch die Distanz und alles, was daraus folgt, wie Größe und Geschwindigkeit, besser einschätzen zu können. Das Galileo-Projekt wird uns also vermutlich nichts verraten, solange sie nicht belastbare Beweise haben. Aber es ist gut zu wissen, dass sie dran sind. Außerdem erwähnte Löb vor kurzem in einem Interview, dass auch seine zweite Forschungsreise in den Pazifik bereits fix ist. In der Fortsetzung der Suche nach dem abgestürzten Interstellar-Meteor, den Löb potenziell für eine extraterrestrische Sonde hält, soll diesmal nach größeren Trümmern gesucht werden. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo einfach der Meeresboden großräumig gesiebt wurde, sollen dabei diesmal mobile Einheiten wie ein Roboter eingesetzt werden, der auch optische Daten liefern wird. Man darf gespannt sein. Interviews mit Gary Nolan sind immer interessant. So ähnlich wie Interviews mit Lou Elizondo. Über weite Strecken hört man zwar dieselben Sachen, aber es gibt doch immer wieder neue spannende Details. So wurde Nolan vor kurzem in einem Gespräch auf Disclosure Team nach der Beschriftung eines Gehirnscans gefragt. Zur Erinnerung, in einer Folge von American Alchemy präsentierte Jesse Michaels einen zuvor von Gary Nolan veröffentlichten Gehirnscan mit Anomalien, die entweder durch das sogenannte Havanna-Syndrom oder durch die angebliche Begegnung mit UAPs ausgelöst worden waren. Die Veröffentlichung dieser Scans liegt zwar schon lange zurück, aber Michaels ist dabei die Beschriftung aufgefallen. Die betreffende Person war nämlich offenbar ein hochrangiger Mitarbeiter des Energieministeriums auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Gravitationsantriebsforschung. Ein faszinierendes Detail, denn offiziell gibt es keine Gravitationsforschung in den US-Behörden, schon gar nicht im Energieministerium. Der Moderator konfrontierte Nolan nun erstmals mit diesem Detail und dessen Reaktion war bemerkenswert. Nolan lachte, war teilweise aber ganz offensichtlich verlegen und meinte, ja, das wäre ein großes Versehen von ihm gewesen. Er hätte diese Details entfernen müssen und ja, er hätte hier wohl einen großen Fehler gemacht. Auf die Nachfrage des Moderators, ob er inhaltlich Näheres dazu sagen könne, meinte Nolan knapp und deutlich Nein. Er ergänzte dann aber grinsend, dass das doch ein wirklich interessantes Detail sei, oder? Das ist eines von den vielen Eingeständnissen und sozusagen offenen Geheimnissen in diesem ganzen Feld. Man muss sich schon sehr bemühen, um die alle zu ignorieren. Apropos Nolan, Ende der Woche findet ja die zweite Tagung der Soul Foundation statt. Das Wesentliche darüber habe ich bereits in einer früheren Folge der UFO News angekündigt. Die Liste der Sprecher Bekannte und Unbekannte lässt jedenfalls auch hier die eine oder andere Enthüllung erwarten. Unter anderem ist Eric Davis angekündigt. Ja, der vom Wilson-Davis-Memo, der sonst so gut wie nie Interviews gibt oder Vorträge hält. Dazu jemand aus der Führungsriege von Lockheed Martin und ein japanischer Parlamentsabgeordneter. Denn entgegen beharrlicher Gerüchte ist das Phänomen eindeutig nicht USA- zentriert. Doch über diese Konferenz an dieser Stelle noch nicht mehr. Wir werden aber wohl Ende nächster Woche einiges dazu erfahren. Und hoffentlich gehen die Videos der Vorträge diesmal etwas schneller online als zuletzt. Der von mir schon im Sommer angekündigte Disclosure Herbst ist ja mittlerweile voll im Gange und noch nicht vorbei. Denn nach dem Kalender endet der Herbst erst kurz vor Weihnachten. Da steht uns also noch potenziell einiges bevor. Hoffentlich bald die James Fox Doku. Vielleicht und vielleicht dann überraschend die Dan Farah Doku. Auch noch nicht abgeschlossen ist die MGM Serie Beyond, die im deutschen Sprachraum noch nicht zu sehen war. Die wird aber, wie man so hört, von Folge zu Folge spannender. Die letzte beschäftigte sich etwa intensiv mit paranormalen Phänomenen und dem Remote Viewing Programm des CIA. Wenn die Serie abgeschlossen ist, werde ich noch näher auf sie eingehen. Als nächstes drei Videotipps. Bereits einen Tag nach dem Hearing war ich zu Gast auf exomagazin.tv und habe mit mehreren Kollegen zwei Stunden intensiv darüber diskutiert. Wer es noch nicht gesehen hat und mehr über die Erkenntnisse des Hearings und meine Meinung dazu hören möchte, Link in der Beschreibung. Kurz darauf war ich Macher und Buch Autor Andreas Müller sowie Martin Schädler von Alien.de sogar drei Stunden lang das Hearing und alles mögliche rundherum. Diese Sendung geht Mittwochabend um 21 Uhr online. Link werde ich dann als Community Mitteilung und nachträglich hier in der Beschreibung posten. Und wer mag, kann sich sozusagen als Appetizer vorher ein weitaus kürzeres aber dicht gepacktes Gespräch anhören das ich hauptsächlich über das Immaculate Constellation Papier mit Robert Fleischer ebenfalls auf exomagazin TV geführt habe. Link in der Beschreibung. Robert Fleischer und auch Daniel Bechmann auf Sagenhaft und Sonderbar hatten mich auch eingeladen um mein gerade erschienenes Buch Das UFO Handbuch vorzustellen wofür ich sehr dankbar bin. Darüber möchte ich daher an dieser Stelle gar nicht mehr sagen. Dafür möchte ich noch zwei Auftritte von mir diese Woche ankündigen also Live Auftritte diesmal in Wien. Eines ist eine eher kleinere fast schon private Veranstaltung am Donnerstag ab 18 Uhr. Wer sich dafür interessiert Näheres gibt es dazu auf der Instagram Seite dieses Kanals oder ihr schreibt mir ein Mail die E-Mail Adresse ist in der Kanal Beschreibung zu finden. Am Samstag schließlich halte ich ebenfalls um 18 Uhr ein Podiumsgespräch mit dem zumindest in Österreich sehr bekannten Physiker Werner Gruber im Rahmen der Vienna Comic Con einer der größten Messen ihrer Art Deutschen Sprach Hier werde ich eine kurze Einführung halten und dann werden wir sehen wie es weitergeht Werner Gruber ist als ehemaliger Science Buster Bühnen erfahren und definitiv nicht auf den Mund gefallen und soweit ich weiß ist er ein Skeptiker Es wird also möglicherweise heftig aber ziemlich sicher amüsant Wie anfangs erwähnt ist dies die 53. Folge meiner Wochenschau Es geht also wie gewohnt weiter Nach einer kurzen Umfrage und eigener Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen die wöchentlichen News fortlaufend weiter zu nummerieren Kurz hatte ich mit dem Gedanken gespielt das Ganze als Staffel 2 oder Season 2 noch einmal von 9 mit der Nummer 1 zu beginnen Aber ich glaube im Endeffekt ist es so übersichtlicher Es geht hier also weiter mit den wöchentlichen News dazu Breaking News gelegentliche Specials und Interviews sowie Nachspielfolgen Wer es noch nicht getan hat sollte also jetzt diesen Kanal abonnieren damit ihr immer sofort über die neuesten Videos informiert werdet Kanal Mitglieder bekommen die übrigens manchmal früher zu sehen und auch immer wieder andere exklusive Updates aber in den meisten Fällen nur zeitlich exklusiv denn wenn es etwas Wichtiges zu berichten gibt berichte ich es garantiert hier immer für alle versprochen aber so eine Mitgliedschaft unterstützt mich natürlich andere Wege dafür mich zu unterstützen abgesehen von kommentieren liken und teilen meiner Videos wären etwa der Einkauf in meinem Merchandise Shop der Kauf eines Buches oder Super Thanks ihr könnt natürlich auch etwas in die Trinkgeldkasse werfen Links zu all dem in der Beschreibung So ich glaube damit sind wir durch je nachdem wann genau diese Folge tatsächlich erscheint und wann ihr sie seht könnt ihr vermutlich gleich auf das Senats Hearing umschalten ich werde es jedenfalls heute Abend genau verfolgen und dann natürlich berichten in diesem Sinne immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten bis zum nächsten Untertitelung des ZDF für funk, 2017